Die Geissens sind zurück. Die Kinder wollen unbedingt in den Schnee und jetzt geht's für die Geissens ab in die Berge. Sie rocken die Piste und die Bühne. Ich war richtig stolz auf meine Mutter. Ich fänd's halt mega. Kannst du überhaupt sehen, wo du fährst? Wer kann diesen Kindern schon einen Wunsch abschlagen? Ein Piercing. Ja, der Wiener. Sollen wir jetzt anfangen? Eine neue Folge. Die Geissens. Heute 20.15 Uhr. Bei rdl2